Applaus an, jetzt der Applaus. Markus am Start, viel Spaß. 12S2P 5000er Zellen. Ganz normale ECO 20 Zellen. Mit ganz normalen 250 Ampere Standstrom. Ein modifizierter A200 Antrieb. Was könnte noch alles in der Technik kommen, sagt mal. Ich mache noch mal eine Runde mit dem Mikrofon-Checker und ihr könnt dann in Ruhe die Sprache verändern. Jetzt musst du mir erklären, was das heißen soll. Applaus Now on stage, Markus Rummer. With 5DP, Vendos in die Vector Proff. With a modified A200 engine from Hacker. In 12S2P 5000 mAh. Simple ECO 20 C C cells. Covering 250 Amp. With an 80.5 kg airplane 3 mW. And a bottle from Bottle Power, Pieterzak, Czech Republic. Beautiful shown by Markus Rummer. Applaus 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 Tambah Applaus Motivative Applaus naso rappau Er ist jetzt ein perfektes Job und er hat keine mehr technischen Probleme. Er kann jetzt konzentrieren auf die Trainingsplätze und auf alle Figuren, die möglich sind, wenn man so einen Taupi-Petersen benutzt. Auf 1,000 Euro kann man auch hooverlaufen. Loha, 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 Loha! Einige Pläne haben den Boden gesetzt. Ja! Das ist es! Markus Rummer hat auch Mr. Loha. Boah, verrückt! Ich steh ihn doch mal ein Kilo-Gramm. Der Kilo war ziemlich klarer, als der Wings-Touching-Gramm. Ich weiß, dass er nichts mehr sehen kann. Safe Landing! Großer Applaus für Markus Rummer! We can slip backwards! Rückwärts einparken ist möglich! Das ist ja wunderschön!